Willkommen zu einer Runde Timolia. Heute gibt es einfach mal wieder auf Oldschool Basis ein paar 101's ohne Challenge, ohne irgendwas. Ich wollte heute eigentlich dieses Video endet wenn aufnehmen. Ja, aber wie... Ist der Lost oder ist der Lost? Wie der Zufall so wollte. Wollte ich das in Skywars machen und Skywars sind die übelsten Sweats und können wir mal über den Typen reden? Achso, und by the way, was ich nochmal anmerken wollte, in der Runde dieses Video endet wenn ich sterbe auf Timolia. Ähm, in dem Video auf Timolia, wo der Typ mich mit dem übelsten Frostfield wegcheatet hat, Ähm, in diesem Video habe ich einfach nur nochmal den Clip von dem 101 hochgeladen. Der Typ hat mich ja ziemlich mit... Der Typ hatte ja so ziemlich leicht bis mittleres Frostfield an. Also so irgendwie Fimber Range, ist eigentlich clean und um mich rumfliegen. Ja, der Beweis war leider nicht ausreichend und Will, wie habe ich den noch bekommen? Ich halte ein Skywars Wasser aufnehmen. Dieses Video endet wenn ich zwei Kills in einer Runde Skywars machen kann und der Typ dürfte kein Wasser mehr haben. Das heißt, wir zeigen ihm mal, wie Lava funktioniert. Mann, warum hat er noch Wasser? Ja, auf jeden Fall hatte ich dann die übelsten Tryhards. Und dann hatte ich nach elf Runden auch einfach keinen Bock mehr. Was macht der? Keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Ich werde es vielleicht rausfinden. Ah, der musste noch seinen Cheat konfigurieren. Hey, jetzt mal ernsthaft. Der Typ hatte aber eine ordentliche Range am Start. Und mit ordentliche Range meine ich. Der Typ hat mich doch bestimmt über sechs, sieben Blöcke gecombot. Ähm, wer hat das? Wie habe ich einen Cheater gezogen? What the fuck? What? Ha, lol. Feier ich. Naja, auf jeden Fall hatte ich irgendwann nach elf, zwölf Runden gar keinen Bock mehr auf Skywars, weil die Typen einfach reinzweiten, als wäre es... Also so wirklich wie die Spiele. Man könnte irgendwie meinen, dass es... Irgendwer hat deren Familie entführt und hat gesagt, der bringt die um, wenn er die Runde nicht gewinnt. So, also... Wenn ich drüber nachdenke, wie die Typen da rein, schwitzen wir das jetzt nicht die unrealistischste Erklärung. Also jetzt mal ernsthaft, der Typ... Die Typen in Skywars schwitzen ja wirklich komplett rein. Aber ich muss sagen, ich bin auch nicht so der Skywars-Sweater. Aber ihr könnt mir mal echt gerne schreiben, ob ihr mehr von dieses Video endet, wenn sehen wollt. Ich kann mir gerne auch mal ein paar Challenges dafür in die Kommis schreiben. Ich glaube, das ist dann auch der letzte Fight. Ich versuche nochmal gegen den Typen hier was hinzubekommen, aber es sieht schlecht aus. Na dann, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne Like, Kommi, Abo, etc. da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Twitch, aktiviert auch da die Glocke, folgt mir auf Instagram oder auf Twitter. Das ist alles in der Beschreibung verlinkt, würde mich mega freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, ciao!